Ab jetzt kannst du mit künstlicher Intelligenz deinen eigenen 3D-Animationsfilm erstellen. Absolut verblüffend, wie einfach das geht, ohne irgendwelche Vorerfahrungen. In diesem Video werde ich dir auch Schritt für Schritt zeigen, wie du deinen eigenen 3D-Animationsfilm erstellen kannst und das auch noch komplett kostenlos. Lass uns loslegen. So, ich bin hier auf der Seite deepmotion.com. Ich werde dir die Seite auch hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Du kannst dir einen komplett kostenlosen Account anlegen und dann kannst du auch schon deine ersten zwei Filme erstellen. Wir starten jetzt einfach mal. So, jetzt sind wir hier im Dashboard eingeloggt und als allererstes werden wir unseren 3D-Avatar erstellen. Dafür klicken wir hier einmal auf 3D-Models. Dann siehst du, habe ich hier schon meinen 3D-Avatar erstellt. Ich werde das jetzt aber nochmal mit dir gemeinsam machen. Wir klicken hier einmal auf Create. Jetzt wählen wir diesen Avatar aus. Und jetzt haben wir schon die Möglichkeit, ein Foto von uns hochzuladen. Und das werden wir auch machen, weil wir wollen uns ja als Avatar erstellen. Okay, das ist mein Foto. Ja, dieses Foto möchte ich gerne nutzen. So, und da bin ich schon. Ja, ist es nicht cool? Jetzt kann ich noch ein paar Anpassungen vornehmen. Das werden wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf machen. So, ich finde, das Ganze passt jetzt schon ganz gut. Wir klicken jetzt einmal auf Weiter. So, hier klicken wir ebenfalls einmal auf Weiter. Und jetzt müssen wir unseren Avatar einen Namen geben. In dem Fall sage ich einmal Katharina 2. Speicher das Ganze. So, unser Avatar wurde erstellt. Wie cool ist das bitte? Ja, und jetzt wollen wir natürlich die Animation erstellen. Dafür klicken wir einmal hier auf Create Animation. Und jetzt müssen wir natürlich ein Video hochladen, aus dem die Bewegung erfasst wird. Und diese Bewegung wird dann auf unseren 3D-Avatar übertragen. Und somit wird dann unser 3D-Avatar eben animiert. So, und jetzt ist die Frage, woher bekommen wir dieses Video? Ja, du kannst natürlich ein Video von dir selbst aufnehmen, wo du zum Beispiel tanzt, wo du Yoga machst. Dann wird dein Avatar eben Yoga machen oder tanzen. Oder wir suchen uns ein lizenzfreies Video, wo eine Bewegung gut zu sehen ist. Und in dem Fall möchte ich dir das jetzt einfach mal bei Canva zeigen. Denn auch hier findest du nämlich richtig coole Videos, die du hierfür nutzen kannst. Bedeutet, wir sind hier auf Canva. Ja, jetzt wollen wir erstmal ein neues Design erstellen. In dem Fall klicken wir hier einmal auf Video. Das ist dann auch das richtige Format. Und jetzt können wir hier unten auch nochmal auf Video klicken. Und jetzt können wir schon verschiedene Bezeichnungen eingeben. Je nachdem, was du für eine Bewegung haben möchtest. Ja, das ist komplett dir überlassen. Ich habe zum Beispiel eingegeben Dance Man, weil ich einfach möchte, dass mein Avatar tanzt. So, und in dem Fall habe ich mich für dieses Video entschieden, wo der Mann hier tanzt. Einmal finde ich die Bewegung cool. Und zweitens ist der Mann komplett zu sehen. Und das Video ist auch in der richtigen Länge, denn wir können maximal 20 Sekunden hochladen. In dem Fall laden wir das Video jetzt einmal hier runter. Klicken auf Download. So, und sobald wir das Video heruntergeladen haben, ziehen wir uns das Video hier rein oder klicken eben hier drauf. Dann schauen wir einmal. Hier ist mein Video. Das lade ich hoch. Ich nenne das Ganze, ja, KI Movie 2. Der Name spielt keine Rolle. Das ist nur für mich. Und jetzt wird die Bewegung hier analysiert. So, jetzt könnten wir das Video noch kürzen, wenn wir das möchten. Aber wie gesagt, mit 15 Sekunden passt es perfekt. Hier haben wir unseren Avatar. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Nämlich bei Video Output. So, erstmal MP4 Output, ganz klar. Dann müssen wir den Hintergrund wählen. Wir wollen nicht diesen Hintergrund, denn wir wollen einen grünen Hintergrund, quasi diesen Greenscreen Hintergrund, den wir hinter entfernen können. Damit wir mit dieser Animation weiter arbeiten können. Ja, diesen Schatten wollen wir auch entfernen. Und wir wollen auch keine Musik hier aus dem Originalvideo mit übernehmen. Das sind jetzt erstmal die Einstellungen. Und ich würde sagen, im nächsten Schritt klicken wir einmal auf Create. So, und wir starten den Job. Jetzt warten wir ein paar Sekunden und dann sehen wir auch das Ergebnis. So, und jetzt schau dir das bitte einmal an, wie krass diese Bewegung hier 1 zu 1 übernommen wurde. So, wir können uns das einmal hier auch so anschauen. So, und jetzt laden wir das Ganze als Video runter. Dazu klicken wir einmal auf Download. Dann ganz wichtig, wählst du hier bitte MP4 aus und klickst auf Download. So, und hier haben wir unseren 3D animierten Avatar. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen animierten Hintergrund. Und den erstellen wir mit Canva. So, zurück in Canva habe ich hier einfach mal eine neue Seite geöffnet. Und jetzt liegt es natürlich ganz an dir, was für einen Hintergrund du verwendest. Ich gebe hier einfach mal ein Animation Street. So, und jetzt wähle ich einmal diesen animierten Hintergrund aus. Der gefällt mir extrem gut und er passt auch gut zum Avatar. Ja, diesen Hintergrund werde ich jetzt einmal herunterladen. Jetzt wähle ich die zweite Seite aus, Download. Und wenn ich das gemacht habe, dann öffne ich mein Videobearbeitungsprogramm. Ich nutze Camtasia und dann werde ich dir zeigen, wie wir das Ganze jetzt zusammenschneiden. So, jetzt habe ich mir Camtasia geöffnet und jetzt ziehen wir uns einmal den animierten Hintergrund hier rein. Und natürlich auch unseren animierten Avatar. Den passen wir jetzt hier noch ein bisschen auf die Länge an und jetzt entfernen wir den grünen Hintergrund. Das können wir bei Camtasia ganz einfach unter Visuelle Effekte machen. Dann unter Farbe entfernen. Einmal anwenden. Dann hier bei Toleranz. So, es ist perfekt. Jetzt verschieben wir noch ein bisschen hier die Größe. Wir schauen einfach mal, wie es gut passt. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, und schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, sehr cool, oder? Was jetzt noch fehlt, ist ein kurzes Voice-Over und Hintergrundmusik. Das Voice-Over erstelle ich jetzt mit Eleven Labs. Hier mit Eleven Labs habe ich meine Stimme geklont. Das bedeutet, ich muss jetzt nur noch einen Text eingeben und kann mit einem Klick ein Voice-Over mit meiner Stimme erstellen. Das ist echt verrückt. Und wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann lass bei diesem Video auf jeden Fall ein Like da. So, du siehst, das ist der Text relativ kurz. Wir klicken hier einmal auf Generieren und jetzt wirst du gleich hören, wie echt sich diese Stimme anhört. Pass auf. Einen kurzen Moment. Ja, und nachdem wir jetzt das perfekte Voice-Over haben und ich finde es echt krass, wie echt sich das Ganze anhört, suchen wir jetzt noch passende Hintergrundmusik aus. Ich mache das Ganze bei Epidemic Sound. Das ist ein Anbieter für lizenzfreie Musik und hier findest du echt coole Musik für deine YouTube-Videos. So, zurück in Camtasia fügen wir jetzt noch das Voice-Over und die Hintergrundmusik hinzu. Dafür klicken wir jetzt einmal hier auf Medien, klicken auf Medien, importieren, gehen auf Downloads und hier auf Eleven Lab. Hier haben wir einmal meine Stimme. So, jetzt suchen wir noch die Hintergrundmusik, schneiden das Ganze hier noch zurecht. Die Musik soll ja nur im Hintergrund kommen, gehen auf Audio-Effekte, Musik wird leicht ausgeblendet und leicht eingeblendet. Fertig ist unser Video. Jetzt klicken wir auf Exportieren und laden uns das Ganze herunter. So, und das ist das fertige Ergebnis. Das ist Katharina und sie liebt es, zu elektronischer Musik zu tanzen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich werde dir jetzt hier auf der rechten Seite noch ein weiteres Video von mir verlinken mit einem brandheißen Chat-GPT-Update. Das musst du dir unbedingt ansehen. Ist auch echt krass. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Bis zum nächsten Video. Deine Katharina. Ciao, ciao.